Herzlich Willkommen zum ersten MOOC der Reihe Digitaler Selbstschutz. Digitaler Selbstschutz, mit diesem Motto beschäftigen wir uns zu Beginn des MOOCs, denn es gibt einige Gründe selbst für den Schutz deiner Daten und Geräte zu sorgen und die eigenen Möglichkeiten und Grenzen dazu auszuloten. Zum digitalen Selbstschutz gehört der souveräne Umgang mit Zugangsdaten. Zum einen für Dienste im Web, zum anderen für Computer beziehungsweise Tablets oder Smartphones. Dafür schauen wir uns verschiedene Arten von Zugangsdaten und ihre Sicherheit an, beschäftigen uns genauer mit Passwörtern und Passwortmanagern sowie mit Problemen, die sich bei Zugangsdaten für Webplattformen ergeben. Mit Zugangsdaten sorgsam umzugehen ist kein Nice-to-have, nicht etwas für die Übervorsichtigen oder Paranoiden, sondern grundlegende Sorgfaltspflicht. Oder anders gesagt, seinen Rechner ungesichert stehen zu lassen, als Zugangscode 1234 zu wählen oder überall Abi 1984 als Passwort zu wählen, kann man auch grob fahrlässig nennen. In diesem MOOC lernst du Hintergründe kennen, um Risiken und Möglichkeiten zu verstehen und bekommst Aufgaben, um das eigene Handeln zu reflektieren sowie Methoden und Tools auszuprobieren. Wenn du noch mehr über digitalen Selbstschutz lernen möchtest, dann freue dich schon auf die zwei anderen MOOCs dieser Reihe. Souveränes Bewegen im Netz sowie souveräner Umgang mit Daten und Geräten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der bunten Welt der Zugangsdaten.